Das Grundprinzip des Erfolgs besteht aus Radikalität. Die meisten Menschen machen alles richtig, aber nicht in der Radikalität, nicht in der Entschlossenheit, wie es sein sollte. Gerade in heutigen Zeiten ist Radikalität gefordert. Umso radikaler wir entscheiden, umso mehr Menschenleben können wir retten. Umso radikaler wir entscheiden, umso mehr Unternehmen, umso mehr Wirtschaft können wir retten. Ein Mann sorgt dafür, genau das zu tun, indem er die deutsche Wirtschaft unterstützt, insbesondere mit seinem Fördermittelkongress. Drum bitte, trag dich hier ein, um genau das zu tun, was heute entscheidend ist. Denn Armut ist Arm an Mut. Sei mutig genug, dich hier einzutragen.